Hallo Leute, was geht ab? Kryptomarko hier. Wie ihr sehen könnt, heute ist kein guter Tag für Kryptowährungen. Sehr viele, eigentlich alle Kryptowährungen, haben heute enorme Verluste hinnehmen müssen. Was für viele von euch aber das Wichtigste ist, ist wahrscheinlich, dass Bitconnect ja sein Landing eingestellt hat. Alle, die investiert haben, erhalten ihr Geld in Form von BCC zurück zu dem Schnitt der letzten 15 Tage für 363 US-Dollar. Aufgrund der vielen Verkäufe ist aber natürlich der Kurs sofort nach unten geschossen. Ist extrem ärgerlich natürlich für mich und für Eli natürlich auch. Wir haben da unser eigenes Geld investiert, also insgesamt fast 10.000 Dollar haben Eli und ich da reingesteckt. Und das ist natürlich jetzt nicht so toll, das Ganze. Allerdings, wer von euch sich das neueste Video von Eli angeschaut hat, der hat ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mit seinem Geld bewusst umzugehen. Und ich habe auch in jedem Video gesagt, das ist meine subjektive Meinung, ich bin kein Finanzberater. Man sollte nicht Geld investieren, was man nicht auch verlieren kann. Also 2% war da so eine Angabe, die er gemacht hat, bei zum Beispiel riskanteren oder volatileren Investments, wie zum Beispiel Kryptowährungen. Und bei einem Gehalt von 2000 Euro wären es dann zum Beispiel 40 Euro im Monat. Ist natürlich nicht viel, aber wenn man überlegt, Leute, die Marktkapitalisierung hat enorm schnell zugelegt und wie bei Coins, die auch enorm schnell nach oben gehen, gibt es jetzt eine starke Korrektur. Ich finde persönlich, Panik ist da die falsche Reaktion. Emotional werden ist da die falsche Reaktion. Wir nutzen diese Gelegenheit, um günstig nachzukaufen. Dabei steht für mich zum Beispiel Ripple exemplarisch für die Entwicklung von den Kryptowährungen. Ripple war teilweise Platz 2 direkt nach Bitcoin. War zwischenzeitlich 4 US-Dollar fast. Aktuell irgendwo bei 1 Dollar. Zwischenzeitlich war es auch unter 1 Dollar. Aber für mich war Ripple bis jetzt ziemlich interessant, aber extrem teuer. Jetzt ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, in Ripple einzusteigen. Man darf bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, dass BCC eine Marktkapitalisierung von fast 3 Milliarden hatte. Also eine der größten Kryptowährungen auf der ganzen Welt ist. Es gab eine hohe Nachfrage, also ist der Preis immer weiter nach oben gegangen. Und ich habe selber Geld in BCC investiert und habe seit September jeden Tag ohne Ausnahme Geld bekommen. Dass das Ganze ein YesEnded findet, ist natürlich ärgerlich und ich kann es verstehen, wenn man da emotional wird. Aber es hätte niemand voraussagen können und ich finde es auch nicht unbedingt okay. Das hat mich unter der Gürtellinie beleidigt. Deshalb sind die Kommentare aktuell auch gesperrt. Aber ja, deshalb, also ich will auch, Bitconnect will zwar den Bitconnect Coin noch weiter existieren lassen. Man kann ja seine BCC auf die Wallets von diesen verschiedenen Märkten übertragen und dann verkaufen. Wir werden es wahrscheinlich nicht machen, weil erstens mal ist es nicht mehr viel wert. Zweitens mal besteht durchaus die Möglichkeit, dass es wieder steigt. Also vorhin war es sogar bei 5 Dollar, jetzt ist es wieder um 25 hochgegangen. Also auch in diesen Zeiten gibt es gewitzte Trader, die da Möglichkeiten finden, da noch Kapital zu schlagen. Allerdings ist es eher eine Sache für wirklich erfahrene Trader. Deshalb da lieber erst mal Finger weg. Aber für mich ist das Kapitel Bitconnect vorzeitig geschlossen. Und es ist auch nicht so, als ob ich schadenweise Leute in meinem Team hatte. Wir waren irgendwie im unteren zweistelligen Bereich. Also es ist nicht, ich kann es verstehen, wenn man da emotional wird. Aber wie gesagt Leute, es hätte niemand vorausahnen können, dass es einfach so vorbei sein wird am 17. Januar bzw. 16. Januar. Ist ärgerlich, aber was man jetzt daraus lernen kann, ist, dass es enorm wichtig ist, sein Geld richtig einzuteilen. Nicht Geld zu investieren, was man auch nicht verlieren kann. Aber das ist eine Sache, die ich denke, ich wirklich jedes Video gesagt habe, dass man verantwortungsbewusst umgehen soll. Dass man nicht zu viel Geld investieren soll, was man nicht verlieren kann vor allem. Und es sind Kryptowährungen. Es ist eine verrückte Welt. Es ist enorm spekulativ. Es ist enorm volatil. Das Ganze, die Nerven liegen aktuell blank. Aber wie gesagt, Panik, emotional werden ist da meiner Meinung nach die falsche Reaktion. Einen Schuldigen suchen ist die falsche Reaktion. Und ich nutze diese Gelegenheit. Schau mir an, welche Coins waren für mich bis jetzt interessant. Welche habe ich bis jetzt noch nicht gekauft, weil sie einfach nur zu teuer waren. Ich sehe schon wieder, dass Kapital in den Markt reinkommt. Also Substratum sowie Ripple waren vorhin unter einen Dollar. Jetzt sind sie wieder höher gegangen. Das Ganze wird sich natürlich irgendwo einpendeln. Und dann werden wir sehen, was für ein Trend sich daraus ergeben wird. Aber wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Und mir macht es Spaß, über Kryptowährungen zu reden. Euch ICOS vorzustellen. Exchanges, Tools, alles mögliche. Und immer wieder neue Inhalte auszudenken. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen in alter Frische. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Like da. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Gut.